Klappt hervorragend. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von EnerShange. Oder EnerShanes heißt das ja eigentlich. Nicht Change. Change mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Hehehehe, das hast du nur davon. Aber ich muss da auch lang. Kacke. Wenn ich hier am Rand lang gehe. Ah, ich hab's gehört. Was nun? Ein Speicherpunkt. Aha, endlich mal. Oh, das sieht aber geil aus. Ah, da liegt was, was ich brauche. Äh, da kommt ein... Habt ihr das gesehen? Die sterben da dran tatsächlich. Ja. Äh. 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 Ah, ich kann durchschießen. Hier ist kein Gitschkopf. Ach, der ist da oben. Sind das meine Schritte? Ja. Ach, jetzt kann ich was lesen. Ben, ben, nenn, nenn, denn, 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 denn. Ich weiß nicht, haben wir hier unendlich? Äh. Hehehe. Bloß nicht so zaghaft. Ja, da sollen wir lang. Ich weiß nicht, ob wir unendlich haben. Stirb. Öffne, was immer du öffnest. Geht die auch kaputt? Ah, jetzt ist es zu. Oh, und warte auf. Ich bin doof. Nicht wieder. Oh, ich bin noch dover. Ich komme aus dover. Ach so, ich muss. Sehe ich das von hier irgendwie? Nee. Ach so. Abkühlen? Oh. Oh. Schnell durch. Oh, gut. Also, die gehen, glaube ich, nicht kaputt damit. Ist da noch irgendwas Wichtiges? Kein Buchstabe, ne? Gut. Dann wanken wir mal weiter durch die Hallen bei dramatischer Musik. Ich wollte eigentlich leiser machen, das habe ich natürlich wieder vergessen. Aha. Da hast du einen. Und du auch. Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Und sterb. Und sterb. Sterb. Gut. Und verderben. Da hat noch einer. An dem juckt das noch nicht. Noch nicht. Aber hier leicht. Auch tot. Und du auch. Sterb. 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 Wer sind wir hier unten? Da hockt einer. Da können wir bestimmt nicht rein in den Gully Glipper. Da geht es weiter. Das sehe ich so schon. Aber ich gehe. Erstmal oben lang. Und dann gucke ich mich da unten nochmal um. Hier ist so eine. Pflanze. Aha. Was hast du jetzt gemacht? Keine Ahnung. Versperrt da wohl den Eingang, ne? Kommt man da irgendwie hin? Interessant. An. Da müssen wir hin. Wir müssen da hin. Wir müssen hier unten lang. Da ist ein Buchstabe. Das habe ich gesehen. Und ich sitze beschissen. Ah. Oh. Scheiße. Und ich habe mein Getränk vergessen. Da muss ich die Folge noch durchhalten. Da muss unser Schaf und das. Muss ja wohl drin sein. Da liegt noch was. Guck mal. Da gehen wir anschließend auch noch hin. Jetzt wirst du erst mal. Jetzt wirst du erst mal gequillt. Sterb. 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 Gut. Was ist das? Dem traue ich nicht. Ach, das ist dieser Auslöser dafür. Ich habe Angst. Ja, komm hier lang. Ich habe Angst. Komm hier lang. Ich glaube, ich habe das vorhin zu doll betätigt. Hier haben wir erst mal den Buchstaben. F wie Föhn. Ist das nicht Föhn? Ach, da wird die Waffe aufgeladen. Da kann man das sehen. Aha. Und was haben wir hier? Was kriegen wir hier zu sehen? Zeig mal. Da ist noch ein Buchstabe. Ein Stückchen weiter. Da geht es eine Treppe hoch. Aber da waren wir noch nicht, würde ich sagen. Hier kommen wir nicht weiter. Hier auch nicht. Aber hier. Und hier. Keine Ahnung. Erst mal hier. Bist du. Kann ich hier die Waffen? Ich habe hier eben irgendwo drauf gedrückt. Das war die Stromwaffe. Ja, hm. Kommen wir hier hoch? Hier kommen wir auch hoch. So schön in Dosen. Gibt es was auf die Hosen? Guck genau in den Schritt. Ach, guck mal hier. Hier, 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 hier. Sehr schön. Buchstabe. Ach, ihr seid schon. Guck erst mal. Gut. Letter W. Feuer, 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 nicht gut. Feuer macht Aua. Was machen wir hier? Noch ein Buchstabe. Bei lauter Kerzen. Bei lauter Kerzen. Ach, hier sind wir. Hallo, Freund. Ich könnte jetzt hier oben lang gehen. Ich guck mal. Ah, ja. Hier hat sich das erledigt mit dem lang gehen. Mal schön hochziehen. Ja, diese Lecks wurden bemängelt. Naja. Die liegen wohl am Spiel. Hier ist es noch nicht so richtig optimiert. Oder so. Kann man hier noch? Gitter, 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 Gitter zu. Fliege auf Rücken. Geil. Ah, so. Weg. Ja, es ist so warm. So warm. Ich schwitze überall. Auch im... Sag ich nicht. Dann haben wir alles erkundet. Ja, ich weiß, dass ich da oben lang soll. Da gehen wir nicht hin. Können wir da eigentlich jetzt hier... Oh, gefährlich. So. Aha. Und da müssen wir hin. Warte mal. Ich muss dich was fragen. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Sag doch was. Hallo. Warum sprichst du nicht mit mir? Warum? Warum fällst du einfach um? Äh. Aber ich kann hier noch lang gehen. Hier sind wir. Hinten ist ein Kopf. Ja. Da ist der Ja-Kopf. So, jetzt aber. Vielleicht hab ich hier ja noch was übersehen. Können wir irgendwo durchschießen? Nee, hier ist nur... Der Auslöser. Der Schalter ist da oben drin. Wir gucken nochmal. Der Schalter ist da. Da ist auf. Da ist zu. Es ist aber hier auf. Wo auch immer. Was ist hier eigentlich? Da. Reicht das? Ja. Wir haben uns den Weg freigeschossen. Aber die Waffe ist auch ziemlich leer. Ich könnte ja nochmal zurück wetzen. Und sie mir aufladen lassen da unten. Da unten war das glaube ich irgendwo, ne? War hier nicht ein Auflader? Nee, hier nicht. Sei ruhig. Klar, hier müssen wir bloß rum. Und dann war hier der Auflader. Dann gehen wir mal mit voller Waffe. Da hoch. Ich trau dem nicht. Aber ich kann ihm trauen. Ah, scheiße. Ich hätte... Ah, das geht. Aha. Hier hätte ich auch. Ich muss tatsächlich... Komm ich hier hoch? Nein. Ich muss tatsächlich... Komm ich hier hoch? Nein. Ich muss tatsächlich... Die Treppe hoch und zurück. So, komm. Geld. Äh, Zeitschneiderei hier. Ja, also... Mach mal voll. Danke. Ja. Den krauchen wir mal weiter. Ja, bis jetzt. Ich mein, das ist Folge 3. Noch nicht so sehr aufreibend. Aber... Sieht wunderschön aus. Das gefällt mir wirklich gut von der Optik her. Sehr viel Mühe gegeben. Alt. Marode. Morbide. Stinkig. Vermutlich. Ah, ein Speicherpunkt. Sehr schön. Ach, da wäre auch ein Waffenauflader gewesen. Hier, her, her. Kannst du mal? Nein, kann ich nicht. Mir ist gut. Da geht's auch weiter. Noch einer. Aber wie sollen da hinten lang gehen? Du hast da was am Rücken. Guck mal. Das ist doch bestimmt nicht gut. Warte, wenn du dich umdrehst, schieße ich dir das weg. Ich schieße es dir weg. Ich schieße dir alles weg. Sei doch. Da unten kann ich mich ja wieder aufladen. Oh. Hey. Was bist du für einer? Ein Halbling. Der ist aber zäh. Hier ist noch einer. So. Hier war doch. Das juckte. Hier war. Mach mal voll. Und mich auch. Ich mich nicht. Ah, guck mal. Das nimmt hier auch ab. Irgendwann sind die leer. Und dann nützt... Dann macht es mir nicht mehr voll, das Gewehr. Nee, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Der Handschock. Der Handschock. Ach, hier kann ich auch lang gehen. Da sind doch wieder irgendwelche... Guck mal. Hier ist wieder so ein... Ruckel, die Buckel. Oh. Aha. Ich hab ne Ampkürzung genommen. Ja, hier kommst du nicht durch, ne? Kann ich aber trotzdem grillen. Durch die Torwand. So. Ruhe. Aha. Oh. Ah. Soll ich dich da lösen? Das war doch gut, oder? So bin ich nun mal. Das K. Wir haben noch keinen Vokal. Nur Konsonanten. Interessant. Hier ist aber nicht der Schaltherr für die Tür. Der ist irgendwo... Da. So. Dann machen wir das doch raus. Einmal kurz raufditschen. Interessante Würfel. Soll das ein Easter Egg sein? Aus irgendeinem... Ihhh. Einem Spül. Nein, ich muss hier lang. Bleiben die sitzen? Ja, dann bleib sitzen. Das war hier nix weiter, ne? Da unten übersteuert der Wind ein wenig. Ah. Muss gehen. Warte. Zoomen kann man nicht, ne? Ich könnte ja auch mal in die Steuerung gucken. Und ich wollte leiser machen. Das habe ich vergessen. Das sollte ich mal tun, denn das ist alles recht grenzwertig hier, wenn ich nach Elgato gucke. Ein Auflader wäre nicht schlecht, aber hier ist keiner. Ich glaube, ich muss nochmal zurück dann. Wusste, ich würde dich gerne mitnehmen. Komm mal, komm mal ein Stück vor. Komm mal vor. Ja. Da ist jetzt die Tür aufgegangen. Es kann natürlich sein, dass hier unten ein Auflader ist. Aber das wissen wir nicht. Ah. Bleib doch da oben. Mann, Junge. Worum? Worum tust du den? Oh Gott. Jetzt geht's aber ab hier. Nein, ich pieken. Er hat mich nicht gepiekt. Hier ist nix an der Decke, ne? Nein. Warst du hier unten irgendwo? Hier, ne? Ne, hier war der Buchstabe. Einmal hochziehen. Ah. Da. Oh, habt ihr das gesehen? Da war die Welt weg. Äh, äh. Mach mal voll. Danke, Freund. Moment. So, einmal an denen hier vorbei. Oh, 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 oh. Nicht, nicht. Ruckel die Zuckel. Vielleicht wird es ja auch nur ein ganz kurzes Erlebnis. Weil das Spiel nicht mehr funktioniert. Wer weiß, wer weiß. So, wir gehen hier runter. Wir gehen hier runter. Wir gehen hier runter. Ein Speicherpunkt wäre auch schön. Ein Speicherpunkt wäre wunderschön. Und da ist noch ein Freund. Hallo. Wie geht's? Wie steht's? Mach's gut. Ja. Gluck, 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 gluck. Das D. Wir haben diesmal nicht mal die Hand draufgelegt. Zeig uns den Weg. Da ist ein Aufladen voller. Irgendwo hinter so einem Gittertor-Dingen. Ein paar Knöchelchen. Aber immer noch kein Speicherpunkt, ne? Und die Tür ist zu, weil ich jetzt zurückgegangen bin. Was soll das denn jetzt? Komme ich hier aber nicht weiter? Spiel. Oh, das geht ja mal gar nicht. Hier sind alle tot. Die Tür war auf. Und jetzt ist sie wieder zu. Hier ist kein Schalter, ne? Mäh. Hier sind ein paar Füße. Ja, ganz schön blöd. Und nun? Toll. Ich renne mal gegen. Nein, geht nicht. F. Ich hau die Tür. Geht auch nicht. Da haben sie einen kleinen Fehler eingebaut, würde ich sagen. Kann ich denn hier irgendwie... Letzter Checkpoint, ja. Super. Der ist Kilometer weit weg. Nee, so macht das keinen Spaß. Ganz ehrlich. Guck mal in die Optionen. Grafik erweitert. Audio. Ja, Steuerung gibt... Da ist die Steuerung. Interagieren. Interagieren. Nahkampf. Shift ist laufen. Kontrolle ist ducken. Spezisch springen. Waffe 1, 2, 3. Tab Waffe wechseln. Ach, da ging das. Sekundäres Feuer. Mit dem Mausrad kann ich auch die Waffe wechseln. Gut. 1, 2, 3. Ich habe nur die eine. Und wir haben kein sekundäres Feuer. Ja, was soll ich denn nun tun? Ich muss das neu laden. Na gut. Das mache ich denn und... Hauptsache, das passiert nicht öfter. Denn ich komme ja hier auch jetzt nicht mehr hoch. Nee. Es gibt kein Zurück. Gut. Dahinter ist ein Auflader. Das weiß ich jetzt. Aber das weiß ich ja vorher nicht. Nee. Hier irgendwo. Hier hinten ist ein Auflader ja. Hier ist ja nur ein Speicherpunkt. Da. Das ist doof. Na gut. Denn bis zum nächsten Mal. Tschüss.